recht herzlich willkommen zur folge nummer sieben von city skylines gut da sind wir drinnen im spiel gehen wir mal näher ran letztes mal hatten wir ein boom eine kleinstadt oder wie war das ja ich glaube ja und da waren tausend möglichkeiten die dazu kamen und denke ich mal sollten wir mal reingucken also hier bei den straßen war auf jeden fall was mehr geworden aber nicht in diesem bereich waren dass die autobahnen in das ist eine vierspore straße was mit autobahn das ist eine sechspore straße und auch als einbahnstraße das hier ist dann die autobahn oder was ja das ist neu und auch die autobahnauffahrt ist kommen okay dann haben wir auch noch ein paar kreisverkehre neu bekommen das weiß ich auch noch jetzt hier ein großer kreisverkehr und hier ist jetzt ein kleiner kreisverkehr ach so dann kann man den hier so hin machen und er ist dann nicht so groß okay wir hatten doch schon einen gebaut da hinten dann wollen wir gerade gucken sorry aber der ist genauso groß oder nee der ist größer interessant aber wir haben einen kleinen gebaut und was das für einen ganz komischer mit überfahrt und unterfahrt so ein fädelspuren und sowas und das hier ist ein dreibahnkreuzung deutsches dreieck wird man sagen na ja gut bei der autobahn gibt es hier noch was autobahn mit lärmschutzwand okay die haben wir nicht aber das ist jetzt auch nicht so entscheidender wir wissen nur dass es mehr geworden ist gibt es noch neue zonen schon nein die sind noch alle beim alten irgendwas war da aber noch einiges neu gekommen ne ach ja der windenergie hier dieses war es jetzt das ist neu gekommen und herbelastung 75 und 0 bis 20 megawatt bringt das ding und hier kommen uns nicht hinbauen wenn man es hier hinbauen wasser benötigt so ein windkraftwerk oder wie jetzt wasser benötigt das muss mir erklären soll das hier schwimmen oder was tatsächlich das schwimmt auf mehr das ist ja cool oder hier hin wo das dreckige sowieso ist da können oder windturbine machen geschätzte produktion 5 megawatt 7 ok schauen wir mal jetzt stellt sich mir gerade die frage da stand was von 20 megawatt wo gibt es denn bitteschön die 20 megawatt dann hier bei uns gar nicht wahrscheinlich oder was zwei megawatt da komme ich ja nicht weiter raus sag mal woran liegt das denn jetzt hier die schafft und hier unten kann ich auch nicht weiter da sind die sieben megawatt haben wir hier noch was auf anderen seite ich glaube nicht oder doch da wäre auch noch wasser aber nicht mehr in unserem bereich da waren sechse und da ist sabbat ok geht also nicht tolles ding aber nicht für uns auch schön jetzt auch hierhin gebaut so was war mit dem wasserturm den hatten wir schon hier stellen alle können wir noch hierhin bauen oder wenn ich den jetzt hierhin bauen würde na ist egal das machen wir nicht wir machen hier eine wasserleitung hin und zwar von dort nach dort und dann nach da und schon haben die ersten beiden wasser machen wir noch so ein stück rein dann hat das auch wasser und wenn wir schon dabei sind machen wir das gerade noch so dann ist das alles mit wasser abgedeckt gut abfallbeseitigung ist immer noch das eine ist eine mülldeponie was soll wir können da mal gerade gucken kapazität acht millionen auslastung 29 prozent okay da haben wir noch platz hier war der friedhof neu gekommen der ist hier der begegnung mit geistern sind möglich und er schickt leichen wagen los ja die frage wo würde man sowas hin basteln wo würde man sowas hin basteln schwierig hier nicht wirklich eine straße brauchen auch dafür ok wohngebiet will ich nicht koste 8000 was bringt das braucht strom und wasser ich dachte das sind kerzen drauf ok lassen wir erst mal gucken wir weiter vorher werden wir gebaut polizei haben auch gebaut bildung das wäre jetzt das nächste wo wir mal darüber nachdenken sollten eine weitere schule zu bauen wo stellen wir die nur hin ich glaube wir machen die straße da gerade ein stück länger und dann stellen wir die dahin aber wohl da wäre so auch doof ne da will ich sie auch nicht haben schwierig 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 oder doch also wir können die straße definitiv schon mal verlängern dann können wir da nämlich noch dinge zu machen ja ist es aber hier hier ist noch platz da machen wir sie in die schule so hier irgendwo müsste die schule hin da muss das gebäude weg das wollen wir nicht dann machen wir sie hier hin oder passt alle sind glücklich hier in der ecke das ist doch schon mal was es gibt jetzt auch eine oberschule so und jetzt fängt es an ganz interessant zu werden ich hätte von simutrans gesprochen das ist jetzt nicht simutrans ne bus depot warum klingt jingelt das jetzt gerade ah es gibt gerade level ups bei den häusern hier da haben wir gerade ein level up guck da ist der zweite stufe erreicht überall oder was war da hinten jetzt aber wahrscheinlich level up und dann brauchen die mehr strom und sowas ne das kann auch noch sein ja es bringt die zweite stufe überall und ich gibt es auch mehr steuern so ok die schule ist geklärt das können wir hier erstmal weg machen ja ungebildet haben wir zwei gebildete haben wir da drei erwachsene zwei das heißt das sind kinder jugendliche g erwachsene und erwachsene das heißt denn g komisch ok lass erstmal so wo waren wir stehen geblieben hier waren wir stehen geblieben ein verstorbener muss transportiert werden also jetzt brauchen wir doch einen friedhof kriegen wir den hier irgendwo an den dingen dran gemacht ne ne komm hier schick bisschen darüber damit die straße noch nebenher kann so friedhof haben wir auch und der braucht noch wasser wasser kann ich ja verstehen ne dass die wasser brauchen da machen wir gerade noch so dann hat er genug wasser es jingelt immer noch und die wasserverfügbarkeit nimmt jetzt auch gerade ab und jetzt will ich den bus haben nicht genug geld für eine bus haltestelle 30.000 kostet das ok das können wir uns gleich zwar leisten weil wir dann wieder irgendwie was über 30.000 haben aber mir erscheint das momentan als exklusiv dekoration kleiner park kleiner spielplatz was haben wir hier platz mit picknick tischen ok das ist was von paradox großer spielplatz warte mal wir haben da ein park und hier eher nix das heißt wir können hier eigentlich auch sowas machen geht aber irgendwie nicht ok auf der seite geht's zack auch dahin ist mir wichtig so hier haben wir noch shoppingstatue da können wir eine shoppingstatue machen das erinnert die leute an dem dass sie einkaufen können das kostet uns aber 10.000 ne dann lassen wir das mal ne was war hier nix gut budget ist klar das ist auch schön ne das machen wir noch nicht steuern aber hier hat man noch freizeitnutzung äh das versteht ja keiner steuern haben etwas erhöht tourismuseinnahmen moderat verringert kriminalitätsrate etwas erhöht das polizeibudget um 15 prozent parks und freizeitmöglichkeiten naja das sind ja alles tolle sachen recycling das wäre auch nicht schlecht ne kleine investition na das lassen wir auch mal erstmal vor naja da können wir nix machen dann ist das erstmal so kostenloser nahverkehr das ist natürlich eine super tolle sache aber da brauchen wir erstmal noch 5.500 ne gut weg damit wir müssen weiter gucken dass wir hier vorankommen hier unten fehlt es an strom aber das liegt nicht daran sondern hier dran 5 megawatt 4 megawatt 6 megawatt das bringt es nicht windrad her hier ist doch sowieso schon so schlecht von dem dingens her wie heißt es so da kommt es hin und fertig grüne energie das kann sich dann drehen ja schön gut was sagte denn hier unser kleiner vogel ja wieder ein stromausfall war klar grüne energie bäume fällen ist auch klar stromnetz thema ja der neue park ist da thema danke an den bürgermeister holzindustrie hatten wir auch schon 598 mal friedhof ist fertig nach stromausfall ja das war die neue schule wahrscheinlich holzindustrie bedankt sich ständig und ewig stromausfall frisches wasser da war mal glaub stromausfall und da war das wasser weg raumfällen ist klar und hier haben wir jetzt ein gebäude was abgerissen werden muss wahrscheinlich ne verlassen ja reißen wir das gleich ab und da wieder rein ziehen ist wohl nichts mehr drin oder wie sehe ich das aber wir hatten noch aber jetzt ist egal gut wir bräuchten mehr industrie das heißt wir müssten eigentlich zusehen dass wir auf dauer ein zweites industriegebiet kriegen ich möchte jetzt nicht dieses noch erweitern irgendwie obwohl erweitert ist es ja schon teilweise ne ja komm das machen wir jetzt noch ich weiß nicht wie wir die noch haben wollen hier ne ist ja reichlich oder und da ist auch noch eins das sollte gut sein das hat er wieder die holzindustrie das ist ja nervig oder Strom passt und von alleine sowieso und wasser passt auch alles gut was macht der friedhof leichenwagen fahren durch die gegend neun verarbeitete verstorben letzte woche neun kein leichenwagen in verwendung hier budgetfenster aufrufen ja können wir uns leisten lassen wir auch erstmal laufen na super gut industrie ist schon voran wieder gegangen was haben wir hier für zeichen vor dem gesiedelten gewerbegebiet nicht genügend kunden aha ja das ist schlecht wenn die nicht genug kunden haben dann hören die bald wieder auf dann würde ich mal sagen müssten wir vielleicht das grüne noch ein bisschen favorisieren das wollten wir da nicht mehr machen wegen straße und so ah das sieht nicht gut aus ich hab doch ruhig eben angeklickt oder naja das weiß ich mit dem freigeschalten wollte hier wollte ich eine straße rein machen und da auch eine da nicht die lassen wir mal Eckgrundstück können wir besiedeln das lassen wir mal so gut dann haben wir da schon mehr da steht es aber wahrscheinlich mit dem Wasser noch schlecht genau so sieht es aus gut Wasser ist jetzt auch da ja das Depot der will immer unbedingt dass ich ein Depot baue hier beim Friedhof kommt das Depot wenn neben kann man das hier am Kreisverkehr bauen ja würde sogar gehen das würde mir am besten gefallen zack hin damit so jetzt können wir Wartestellenhäuschen bauen hier für Buslinien Transport steht da ne ach die Häuschen kosten nix gut aber wo wir die setzen das machen wir in der nächsten Runde jetzt machen wir erst eine Pause ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss also mal den Vielen Dank.